Gut, Shalom Aleichem, wir stehen jetzt kurz vor Jom Kippur. Jom Kippur ist ein Matanah, ein Geschenk von Hashem. Noch einmal alles von Hashem, eine neue Chance für Chathima Towa, für gutes Leben, für die Geheimnis des Lebens. Und wir werden heute lernen, zwei Kapitel von Tanja, von Nigire Tatshuwa, Kapitel 8 und Kapitel 9. Und es ist unglaublich, wie die beiden sind passend jetzt zu diesem Jom Kippur, was erklärt alles. Unglaublich. Leben ist eine besondere Sache. Insbesondere, wenn die Leben sind erfüllt mit Inhalt, mit Sinn. Und ein Beweis, wenn einer hat nicht gesehen seinen Freund 30 Tage, schon muss er machen eine Bracha Schechian. Wenn er hat ihn nicht gesehen ein ganzes Jahr, soll er machen eine Bracha Mechaye Hameisim, dass der Hashem belebt die Teute. Das heißt, man sieht, was für eine Freude ist das, dass man trifft sich am Leben, Gesundheit. Tshuwa bedeutet der Chance, auf dem richtigen Weg zu gehen und richtig leben. Früher, wie gesagt, muss man fasten, aber heute ist es besser, heute ist es besser, Tzedakah geben oder schweigen, nicht zu reden. Und wenn Gott hat gesagt, nach dem Chet der Egel, Salahti, ki-dvarih, reichab dir, fertzaiung, ggib, nach deine Wörter. Am Yom Kippur, Beiten wir Gott, Hashiveinu, Adoino, elecho, venoshuwo, Chadesh Yomainu ke Kedem. Bring uns zu dir, Hashem, Lasst uns kehren zu dir, erneuere unsere Tage wie früher, ke Kedem. Kedem hat drei Wörter, Kuf, Dalet und Mem, drei Buchstaben, Kedem. Was ist Kedem? Kuf ist Kain, Kain und Habel. Dalet ist David, David am Melech. Und Mem ist Menashe. Es gibt drei schlimme Sachen gegen Gott. Götze Dienerei, Inzucht oder verbotener Verkehr oder Mord. Und wenn wir sagen, diese Passuk, erwähnen wir drei Leute, die haben Tshuva gemacht. Kain hat gemacht Tshuva, steht sogar geschrieben, dass Adama Rishon, vor sein Tod, als er hat gesehen, dass Kain hat gemacht Tshuva, er war neidisch. Er hat gesagt, schade, ich habe das gewusst, ich habe vier Tshuva gemacht. Also, Kain, Hashem spricht mit ihm, Hashem spricht mit Kain. Und genauso, David am Melech, David am Melech hat auch, sagt in Kapitel 51, Chotosi, habe ein Fehler gemacht. Und Hashem gibt ihm Tshuva, er erneuert seine Ruach. Und genauso Menashe, der Schwiegersohn vom Prophet Jeshajau, der war ein Götze Diener, und am Ende von seinem Leben hat er Tshuva gemacht. Daher sehen wir, es ist nicht tot, kein Verfallen. Es gibt nicht Verspätung. Es gibt immer eine Möglichkeit, sich auf dem Zug einzustiegen, solange man lebt. Es steht geschrieben, kehre um zu Gott, einen Tag vor deinem Tod. Aber ein Mensch weiß nicht, wann ist ein Tod. Deshalb soll er jeden Tag so leben, als ob heute ist ein Tod. Heute soll er Hashem sagen, ich will zu dir, ich kehre zu dir, erneuere zu mir und gib mir den Chance. Okay. Und das wollen wir ein bisschen lernen. Sehr oft, der Mensch hat zwischen seinem Kopf und seinen Gefühlen Amalek. Amalek bedeutet ein Seil zwischen Kopf und Handlung. Das heißt, er versteht eins und tut zwei. Ich gebe ein Beispiel. Eine gibt eine Skiuhr, wie schlimm ist das Zigaretten? Und er redet darüber eine ganze Stunde. Und danach ist er müde und in die Pause nimmt er eine Zigarette. Fragen die Schüler, hey, lieber Professor, Sie haben doch uns erzählt, wie schlimm ist das Zigaretten? Sagt er, ja, das ist im Kopf und das andere ist im Herz. Und das sind zwei Paar Schuhe. Das heißt, der Mensch hat sehr oft eine Gefrorenheit, ein Seil auf seinem Hals. Wo es gibt, keine Kontakt, das nennt man ein Esel, der Bücher trägt. Eine, der lernt, aber das, was er lernt, hat nichts zu tun mit seiner Irrashomai, mit seiner Gottesfürchtigkeit. Ich gebe zwei Beispiele von einer Frau. Erster Beispiel von der Frau ist ihre Klamotten. Wenn eine Frau will sich anziehen, sie ist gebunden zu alles, was sie hat. Zu ihrer Jacke, zu ihrem Rock, zu ihren Schuhen, zu ihren Socken, zu den Strümpfen. Zu der Perücke, zu den Nägeln. Aber nicht nur das. Auch alle anderen Sachen, die sie hat, müssen passen zu ihrem Wesen, ihrer Tasche. Am Rosh Hashanah habe ich gesehen eine Frau, die kam mit einer passenden Corona-Maske zu ihrem Kleid. Also sie hat gekauft eine extra Rose-Corona-Maske für die Synagoge, damit sie zu der ganzen Garderobe passen soll. Warum macht das die Frau? Weil bei ihr, das was sie fühlt, will sie so auch von oben bis unten gebunden sein. Nein, sie wird ihren Lack auf den Finger überlegen und kalkulieren und so machen, das soll passen. Das ist ein Beispiel. Warum? Das nennt man Kescher Rikshi. Eine, eine, eine Gebundenheit zu dem Gefühl, zu dem, was sie denkt, zu dem, was sie glaubt. Sie ist damit gebunden. Es sind nicht zwei Sachen. Sie sieht die Farbe, diese Farbe, sie sieht schwarz. Denn alles muss passen zu dem Schwarz, die Kette, die Ohrringe. Das ist eine ganze Torah, das ist nicht so einfach so. Jetzt, nicht nur bei der Kleidung, auch zu Hause. Einmal, der Rebbe hat gesagt, dass man kann lernen von einer Hausfrau, sie wird genannt in Jiddisch Balaboste. Balaboste. Was ist Balaboste? Balaboste ist eine anständige, gute Hausfrau, die alles, was passiert zu Hause, ist nicht einfach so. Alles, in jedem Schrank gibt es die bestimmten Sachen, was sie braucht. In jedem Platz gibt es die bestimmten Blume, die bestimmte Bild. Und was passiert, wenn einer kommt und er sagt, ey, diese Schmattes, die du hast, unter dem Schrank in die Küche, braucht man nicht, ich schmeiße weg. Oder etwas von den Badezimmern nimmt man raus. Eine Balaboste wird gleich erkennen, jemand hat sie reingemischt in ihre Sachen, weil sie hat nicht gelegt, die Schmatte in die Küche, einfach so. Es hat einen Sinn, mit dieser Schmatte kann man das abwischen und diese Materie gibt es dort und dort. Was heißt das? Menschen glauben, dass der Reboine Shiloh Elom Gott hat Sachen gemacht in dieser Welt einfach so. Geschafft eine Welt und Shabbat Shalom mit einem Balagan. Sagt der Rebbe, nein. Wenn eine Balaboste von 100 Quadratmetern, alles was passiert zu Hause, hat ein Kopf und Sinn und Gebundenheit und Verbundenheit und Sinn, umso mehr Aschgachapratit, umso mehr Gottes Überwachung, ist auf dieser größeren Welt, dass er hat entschieden, diese Berge zu machen dort und diesen Wald zu machen dort. Und er hat nicht einfach die Sachen gemacht, Stamm, Azoi, ohne Grund. Alles hat, wenn eine Balaboste legt alles auf den Platz, auch Gott legt alles auf den Platz. Gut. Jom Kippur ist ein Tag, wo Av Horachamim, der Vater von der Barmerzigkeit, ist da. Ich gebe ein Beispiel. Einer von den allenschwierigsten Berufen in dieser Welt, die wird wenig geschätzt, leide, ist ein Lehrer oder Lehrerin. Wird wenig geschätzt, sehr wenig geschätzt. Und es ist kein Wunder, warum die Erziehung von den Kindern so schwach ist, weil die Gesellschaft sieht nicht als beim Lehrer und Lehrerin das Allerwichtigste für die Kinder. Und die müssen die Allerbeste sein. Auf jeden Fall gibt es ein sehr schönes Beispiel von dem Rebbe. Es gibt einen Lehrer und in seiner Klasse hat er Probleme von Disziplin. Eine von den größten Problemen heute, was Lehrer und Lehrerinnen haben in der Klasse, ist Disziplin. Schreien darf man nicht, schimpfen darf man nicht, schlagen darf man nicht, beleidigen darf man nicht. Nur die Schüler können alles machen. Der Lehrer darf gar nichts machen. Er kommt in die Klasse mit einer festen Hände, festen Mund, er kann gar nichts machen. Es gibt ein Beispiel von einem Lehrer, der hat in seiner Klasse große, große Probleme von Chuzpenyakes, von frischen Kindern. Die haben wirklich getanzt auf dem Kopf, Kasachok. Also wirklich, die haben ihm Meschugi gemacht. Er ist gegangen zu dem Direktor und er sagt dem Direktor, ich brauche deine Hilfe. Meine Klasse sind sehr wild und ob du sie beruhigen kannst. Und der Direktor ist eine Persönlichkeit, ein erfahrener, so wie der Prophet Amos, der konnte alle Wilden zähmen. Und der Direktor kommt in die Klasse und er redet um klare Wörter und alle sind beruhigt. Aber dieses Gefühl von dem Direktor hat gedauert zwei Wochen. Nach zwei Wochen noch einmal Balagan und er holt noch einmal den Direktor. Und so nach ein paar Monaten sagt der Lehrer zum Direktor, wissen Sie, Sie haben nicht Angst von mir, Sie haben Angst von dir. Sagt der Direktor, was willst du? Sagt, ich möchte, du sollst mir geben, eine Backup, eine Rücken. Du sollst mir geben von deiner Stärke. Und wenn du mir gibst von deiner Stärke, werde ich es schaffen, in der Klasse von deiner Stärke, von deinem Koyach an die Kinder hinzukommen. Das heißt, wenn einer es nicht schafft, Disziplin beim anderen zu bringen, das heißt, er ist selbst schwach bewusst und die Schüler spüren es. Und in dem Moment, wenn sie spüren, dass er hat keine Rücken, sie werden weiterschlagen. Wenn einer hat einen starken Rücken, man geht mit ihm anders. So ist das in dieser Welt. Deshalb sagt der alte Rebbe diese tolle Beispiele. Darf ich was sagen? Natürlich. Also, ich habe das genau erlebt, als ich Religionsunterricht gegeben habe. Und was dann leider nicht war. Der Religionsunterrichter, der Lehrer, der Religionslehrer, so wie ich, hatte nie einen Rückhalt. Weil das war eine normale Schule. Was hat der Schuldirektor da mit Religion zu tun? Weil ich selber nicht religiös war. Also stand ich auf dem Feld mit nichts, mit gar nichts. Nur mit Gott. Tja, ist nicht einfach gewesen. Nein. Aber es ist nicht nur in Religion. Es ist in allen Bereichen. Und das ist auch nur ein Beispiel für unsere Kraft und Bitte von Hashem. Wir beten nicht nur Hashem. Soll er der Stärkste hier sein. Er ist stark sowieso. Er ist Gott. Er macht sowieso was. Wir möchten, wer ruach noch ein Chadesch Bekirbi, eine starken Mut und Kraft, schenkt ihr in mir, dass ich schaffe, diese Sache zu tun. Okay. Jetzt. Hashem hat uns gegeben Neshamah Tehorah. Eine reine Seele. Sie ist geradlinig. Sie hat einen guten Spur. Und sie ist gekommen zum Mutterleib. Die Neshamah ist rein und sauber und klar wie ein Diamant. Sie ist bescheiden. Sie sucht das Gute. Sie sucht die Wahrheit. Sie ist bescheiden. Und sie fühlt sich Sehnsucht. Kommt Yom Kippur. Und was macht man am Yom Kippur? Alle weltlichen Sachen sind weg. Was der Körper will immer. Was will der Körper? Essen und Trinken verboten. Waschen, Genießen, Wellness, Salben verboten. E-Verkehr, Frauen, Männer verboten. Rauchen, Rauchen verboten. So wie Schabbat. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch beseitigt, alle geschriene und dominante Sachen vom Körper, Ohn macht mehr dominante Sachen vom Körper, die Neshamah, die Neshamah, die Neshamah, der Neshamah ist sehr wachsam, sehr aufmerksam. Sie hört ganz zu, was man mit ihm spricht. Und sie hat eine Erinnerung an Gan Eden, an Paradies. Und durch die Tora, durch die Gebete, durch Hashem kommt man zu dieser Gan Eden. Es gibt einen Spruch, und dieser Spruch ist ein Bluff, ist eine Lüge. Jeder mit seiner Wahrheit. Gibt es nicht. Es gibt nicht jeder mit seiner Wahrheit. Wenn jeder hat seine Wahrheit, dann gibt es keine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Moishe emes, Veteuroso emes, und so wie man sagt beim Ende von Schmai Israel, Hashem Eloikeichem emes. Hashem, euer Gott, ist wahr. Was ist wahr? Wahr bedeutet, dass ein Mensch weiß, dass in dieser Welt kann man nicht tanzen auf beide Seiten. Und deshalb wollen wir heute lernen, vor Yom Kippur, als vorbereiten. Kapitel 8 und Kapitel 9 in Tanja, die wirklich passt wie eine Handschuhe zu unserer Zeit. Wir beginnen. Wir werden lernen über drei Sachen. Über die Mutter und die Küken. Was bedeutet Gott zu dienen mit den ganzen Schmai? Und wie kann man korrigieren, vergoldene Energie von Tikkunayesod. Also wenn einer hat, verbotene E-Verkehr gemacht oder Sachen, wo seine Samen ist umsonst vergoldet, ohne die Energie richtig zu bringen. Also der alte Rebbe will hier geben, wie gesagt, Chance zu allen schlimmen Sachen in der Welt, dass der Mensch hat immer Chance, sich alles zu verbessern. Und das wollen wir lernen. Der alte Rebbe beginnt, wenn einer macht Fehler, er wird gebunden zu dem Fehler, wie ein Seil zum Hund. Oder wie ein Hund zum Besitzer. Was passiert mit einem Hund und einem Besitzer? Irgendwann, der Hund geht ihm immer nach. Er kann nicht loswerden von ihm. Genauso, wenn ein Mensch macht Averot, schlechte Sachen gegen Hashem. Die Sachen, die er tut, binden ihm ein und kriegen Kräfte. Und irgendwann diese Kräfte geben ihm die Nahrung. Das heißt, diese Sitra Achra, diese negative Kochot, diese negative Kräfte, die sind diejenigen, die speisen den Mensch. Er lebt nicht von Chaya Chaim, er lebt nicht von dem Baum das Leben, er lebt von einem anderen Baum, von Dat, also von seinem Genuss. Das heißt, Hashem hat zwei Wege, die Nahrung zu geben. Von Gesicht und von hinten. So erklärt der alte Rebbe. Was heißt das? Man kann jemandem etwas geben, wenn man ihn liebt, wenn man ihn schätzt, wenn er etwas verdient. Nur das heißt Panim be Panim. Das heißt Gesicht in Gesicht. Gibt man einer dem anderen etwas mit Liebe. Aber manchmal muss man auch geben. Auch Leute, die sitzen im Gefängnis, müssen auch essen. Die brauchen auch Essen. Und sie bekommen auch Seife. Und sie bekommen auch Bett und Matratze. Aber muss man geben. Man will nicht geben. Es ist eine Muss, es ist eine hintere Seite vom Geben. Der Name von Gott, Jud, Hei, Wav, Hei, wurde durch Amalek abgeschnitten. Er will nicht die Tshuva, Tshuva, zwei andere Buchstaben, Wav und Hei. Er will das separieren. Er will, soll der Mensch, nicht umsetzen und nicht erleben das, was er hat gelernt. Was heißt das? Jeder Mensch, der lernt etwas, muss er abschließend von dem Lernen etwas aufstehen und umsetzen in sein Leben. Hat er gelernt und hat er das nicht umgesetzt in sein Leben? Es war Zeitverschwendung. Jede Sache, was man lernt, muss man ins Leben bringen. Das ist genauso, wenn ein Mensch essen, wenn die Essen sind gute Nahrung, bleibt wenig Reste. Und das, was er hat gegessen, kommt rein in seinen Körper und gibt ihm Helbeunim und Mineralien und gute Sachen und Blut und Energie. Und er ist gut drauf. Der Rest geht raus. Das Essen von Gott in die Wüste nennt man Lechem Abirim, das Brot von dem Engel. Sie haben das gegessen und sie mussten nicht gehen, Reste raus zu bringen. Warum? Weil alles, was sie haben gegessen, ist reingekommen zu sich komplett. Okay. Jetzt. Was ist der Unterschied zwischen den Sachen zu lernen und den Sachen zu verstehen? Der Altererbe gibt ein super Beispiel. Ein Kind hat lieb seine Eltern. Warum Mutter liebt seine Eltern? Weil sie geben ihm Essen, Trinken, Haribo, Schoko, Chips, Pasta, Pyjama und ein Kuss. Und sie sagen ihm Schatzilein, Mutzilein, Putzilein. Freut sich. Ich liebe Mama, ich liebe Papa, sehr gut. Aber er benehmt noch nicht zu seinen Eltern wie einen, der liebt. Er liebt, weil er bekommt. Er liebt, weil es lohnt sich. Er versteht noch nicht, was ist Liebe. Irgendwann, wenn er heiratet und er hat selbst Kinder. Erst dann beginnt er seine Eltern zu lieben. Mit dem Kopf. Das heißt, solange er hat nicht selbst Kinder und er beginnt nicht seine Kinder, wie soll er verstehen, was bedeutet Mama und Papa? Wie soll er verstehen, was bedeutet Liebe? Mit was? Wie? Wie soll er verstehen? Seit der alte Rebbe. Es kann dauern 40 Jahre, 40 Jahre, bis dem Kind beginnt wirklich seine Eltern zu lieben. Warum? Weil die Mütter muss wachsen lassen, die Küken. Erst wenn die Küken selbst sind, sind Henne geworden und selbst Eier gelegt, erst dann beginnen sie zu verstehen, was bedeutet die Älteren zu lieben. Genauso, wenn ein Mensch macht Mitzwot. Mitzwot macht man Gebote mit Gefühlen. Aber ist man mit der Sache noch nicht verbunden, weil man versteht noch nicht. Versteht nicht warum, wieso, weshalb, wozu, warum brauche ich das? Aber wenn ein Mensch lernt und irgendwann gibt es irgendeine logische Sache, der hat verstanden, sagt er, aha, ups, habe ich verstanden. Jetzt, wenn habe ich verstanden, beginne ich es zu machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe einen Freund, der hat mir gesagt, jahrelang es war ihm unwichtig, milchig und fleischig zu essen zusammen. Er hat nicht verstanden die Logik, den Bedarf, den Verbot. Einmal hat er gehört bei einer Schiur, dass milchig bedeutet Leben, weil man nennt das noch am Leben. Und fleischig bedeutet leider Tod, weil muss man den Tier töten. Und Gott will, soll man aufmerksam sein mit Tieren, mit Leben und Tod, mit fleischig und milchig. Soll man nicht denken, dass Tiere sind ohne. Also soll man nicht denken, dass jeder soll machen, dass man lebt in einer Dschungel. Dass jeder soll machen, was er will. Und Menschen sollen die Sache ohne aufmerksam leben. Es gibt einen saxastischen Witz, dass einer sitzt im Café und trinkt Kaffee mit Sahne. Schreit ihm an, irgendein Tierschutz, veganer, radikal. Diese Milch, die du trinkst, konnte trinken ein Kalb. Sagt der Mann, der Kalb konnte es nicht trinken, ich habe es gegessen. Also er konnte nicht trinken. Jetzt, das ist extrem, zu der Bullerei und der Frechheit gegen Essen, was man will. Und das ist genau schlimm, auch radikal nicht essen, was man will. Kommt die Tora und sie sagt, ey, ey, ihr seid beide nicht in Ordnung. Der Radikal, alles ist schlimm. Der Radikal, alles nicht, ist auch schlimm. Es gibt von HaShem, er schuf seine Welt. Und er hat uns gesagt, was ja und was nicht. Er hat gesagt, Shabbat, Feiertage, Fleisch, ja, Freude. Nicht jeden Tag. Shabbatot, Chagim, sehr gut. Hast du gegessen Fleisch? Sehr gut. Keine milchige Sachen? Hast du schon getötet? Jetzt sei ruhig, du kannst nicht jetzt leben, du kannst nicht jetzt nach dem Fleisch trinken Kaffee mit Sahne. Du kannst trinken Milch, Soja. Kein Problem, aber nicht von Sahne. Du kannst nicht nehmen die Milch von dem Tier und beides vermischen und sagen, ich habe keine Grenze. Du musst immer leben, bewusst mit Grenze. Das heißt, in dem Moment, wo ein Mensch versteht, kapiert, dass Milch ist die Wille zu geben, Altruismus, Schenken, und Fleisch ist die Wille zu verlangen, Tod, Rot. Er beginnt, Sachen in der Welt zu verstehen, dass die Welt ist nicht ein Dschungel, dass die Welt hat ein, wie sagst du, ein Eberster, ein Oberster, der guckt auf die Welt und er sagt, was geht und was geht nicht. Okay. Jetzt. Wir müssen diesem Gott dienen sehr stark. Noch ein Tipp. Also jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir vom Essen reden, das kleine Rezept von deiner Grossmutter oder von deiner Mutter geben würdest, wie du das öfter machst und isst. Freut mich. Gut. Also, soll mein Hashem dienen bei jeder Nafshechung, mit der ganzen Seele. In dieser Welt, sagt der alte Rebbe, gibt es sehr viele Arten von Liebe. Hand, Auge, Umarmung und Kuss. Hand ist ein Weg zu sagen, eine Begegnung, Shalom Aleiche, man gibt sich die Hand, schon beim Hand kann man spüren, Wärme, Menschlichkeit, Edelkeit, Persönlichkeit, schon bei dem, bei dem Quetschen von der Hand. Aber später kommen die Augen, die Augen, wenn eine sieht den anderen, dann in den Augen, die sind die Fenster von den Shome, kann man erkennen, später kommt die Umarmung und Kuss is am meisten. Sagt der alte Rebbe, wenn man will Hashem dienen, soll man dienen mit alles, mit dem Verstand, mit dem Herz, mit der Arbeit, mit dem Geld, mit den Freunden, mit den Büchern, überall und immer Hashem dienen. Was heißt das? Mit dem Verstand zu vertiefen in die Tora, mit dem Herz Charakter zu Gott, mit unserer Logik Erinnerung die Tora, mit dem Mund reden Tora, mit den Augen zu gucken, nur koschere Sachen, mit dem Mund reden nur passende Wörter, mit den Ohren hören, es gibt manchmal, ich will nicht hören, erzähl mir nicht darüber, interessiert mich nicht, ist nicht meine Sache, ist nicht mein Ding, interessiert mich nicht. Und natürlich zu machen auch Zdakaba Chesed. Jetzt kommt der alte Rebbe und er sagt, wir haben gesagt, wir wollen drei Sachen wissen, eins, die Mutter und die Küken und das heißt, in dem Moment, wo die Kinder sind, selbst Eltern, dann verstehen sie, was ist die Liebe zu den Eltern, das heißt, die Liebe kommt von dem Kopf und nicht von den Gefühlen. Was ist mit einer ganzen Seele, mit dem guten Trieb und mit dem schlechten Trieb, dass man liebt, Hashem, überall, bei allen Seiten. Wenn der mittelerebbe wollte heiraten, er wollte hören Chassidismus von seinem Papa. Warum? Weil sein ganzer Körper, sein ganzer Wesen war Tora, Tora, Tora. Sagt der alte Rebbe, in dem Moment, wo ein Mensch lernt, Tora, was passiert? Der Riesel hat gesagt, wenn ein Mensch hat mit seinen Augen gesehen, schmonzt es, Sachen, die er nicht sehen soll, mit seinen Augen, er hat einen Weg, die Augen noch einmal zu putzen. In dem, wo er guckt, die Buchstaben von der Tora und liest sie. Wenn er liest, die Buchstaben von der Tora, sie haben eine Kraft, zu waschen, die Augen, von dem Schmutz und von der Prostigkeit, was der Mensch hat mit seinen edlen Augen gesehen. Jetzt, alles, was der Mensch sieht, bleibt in seinem Kopf gespeichert. Alles, von seiner Geburt bis und heute. Jetzt, er will gehen, beten, lernen und in die Mitten von Lernen, in die Mitten von Beten, kommen bei ihm Bilder, die nicht kommen sollen. Und er ist total verzweifelt. Wie kann das sein, dass gerade jetzt die Bilder kommen? Ja, aber der jetzere Raab will den Menschen wegjagen von dem Weg und er schickt ihm immer Werbung von verschiedenen Bereichen, die nicht koscher sind und will ihn ablenken von seinem Weg sagt. sagt der alte Rebbe, wenn ein Mensch lernt, Tora, was ist Samen? Samen von der Mann oder von der Frau kommt von dem Gehirn. Normalerweise soll dem Gehirn Samen produzieren um vorzupflanzen. Aber wenn jemand hat das rausgenommen nur weil er hat seine Augen schmutzige Sachen gesehen, dann der Kopf und die Gefühle sind miteinander nicht im einen. Warum? Weil er nutzt nicht seine Energie zu einer Sache. Das ist so wie einer sitzt im Auto und der Motor ist an und er bewegt nicht. Also es fließt Energie, es ist unnötig. Es ist unnötig. Und deshalb schon die Kinder von Jehuda, Er und Onan haben ihr Leben gekürzt, weil sie ihre Energie verkürzt. Und auch die Kinder von Eli, in Buch, Shmuel, Alef, Chofni und Pinchas haben auch die wollten nicht, dass die Frauen schwanger werden und in dem letzten Moment haben sie rausgekommen vom Blumentopf und alles gegossen daneben. Und die Tora ist eher dagegen. Die Tora will, das soll man alles machen richtig, um sich, stell mal vor, einer geht zu der Erde, er will pflanzen Avocado und der Loch ist hier und er sagt nebenan, es wird nie kommen Avocado. Du hast dem richtigen Ort zu legen, legen, dem richtigen Ort, Gott hat das gemacht, soll pflanzen Avocado und Hashem will, soll kommen gute Avocado nach, er will, soll man die Sache richtig machen. In dem Moment, wenn ein Mensch hat das nicht gewusst, dann, was soll er machen? Soll er lernen Torah und sein Gehirn wird sein voll und so wie es steht geschrieben wenn die Grube ist leer bei Josef steht geschrieben Habor Reck die Grube ist leer Warum ist wichtig zu sagen leer ohne Wasser weil wenn es gibt kein Wasser kommen gleich Skorpionen und Schlangen und Skorpionen ist alle Sachen was verführen den Menschen zu Dummheiten und Schlangen ist alle Sachen was verführen den Menschen zu verbotenen E-Verkehr so sagt der alte Rebbe und deshalb in dem Moment wo ein Mensch lernt Torah er kann sein Kopf noch einmal reinigen mit den Ohren hören Torah mit die Augen lesen Torah aber das allerwichtigste mit dem Kopf verstehen Torah und so sagt der alte Rebbe weiter die größte Liebe was gibt in dieser Welt ist Küs ist Dabkus Ruache Beruche wenn eine Ruach befindet sich mit dem anderen das heißt wenn zwei Leute denken oder fühlen dasselbe und das gleiche das ist die größte Vereinigung deshalb muss man mit Hashem verbunden in Gedanken in Gefühle und auch in Handlungen und jetzt will ich den letzten Teil lesen und weil der Defekt oder der Damage wenn ein Mensch hat Samen umsonst oder Insucht oder andere Sachen verboten von Torah oder von Weisen machen einen Defekt im Kopf machen einen Defekt im Kopf es spielt keine Rolle ob das ist Männer oder Frauen steht geschrieben auch wenn jemand hat geheiratet eine reiche Frau und sie hat genug Geld und sie braucht nicht arbeiten und sie hat zu Hause genug Personal soll alles machen steht geschrieben soll sie lernen Kunst oder stricken oder etwas zu tun warum weil Leingweile bringt zum Dummheit und Dummheit bringt zum Sünde und stell dir mal vor eine Frau ist alleine zu Hause und es gibt zu Hause einen Josef oder einen Gärtner oder einen schönen Hausmeister und ihr Mann ist ganz weg weit weg und fehlt sie Liebe fehlt sie Aufmerksamkeit fehlt sie Anregung Schmetterling Liebe dann durch die Leingweile wird kommen Dummheiten durch die Dummheiten wird kommen Ruachstuss Ruachstuss ist eine schlimme Sache ich weiß nicht überhaupt wie man übersetzt auf Deutsch Ruachstuss Ruachstuss ist ein Wind von von Dummheit von einem riesigen Fehler wo ein Mensch hat wirklich gemacht Stuss ist das allerletzte die man nicht machen soll Stuss ist eine unsinnige Sache wie kommt ein Mensch zu einem Ruachstuss von Leingweile von unerfülltes Leben also wenn die Leben sind erfüllt kommt kein Ruachstuss und das steht geschrieben wenn ein Mensch hat gemacht so eine schlimme Sache was soll er machen wenn er hat gelesen in die Woche eine Seite Tora soll er lesen zwei er hat gelesen ein Kapitel soll er lesen zwei Kapitel das ist so wie eine Knotte wenn sie zerrissen muss man in der anderen Seite zwei Knoten machen also doppelt also unser Kontakt zu Hashem ist wie Hevel ist wie Seile und deshalb steht geschrieben dass am Jom Kippur alle Sachen was der Mensch hat gemacht letztes Jahr bekommt er eine Matana und er muss auch machen Wohltätigkeit ich möchte mit einem letzten Gedanken beenden und mit einer kurzen Geschichte von Baal Shem Tov es gibt ein Sprichwort in der Welt ich weiß nicht wer sagt das aber der Sprichwort sagt ich denke bedeutet ich existiere hat achoshev manchmal hat akaiyam der Baal Shem Tov sagt noch tiefer er sagt dort wo der Mensch denkt dort befindet er was heißt das wenn ein Mensch hat in diesem Leben Schlichut Mission und das ist sein ganzes Lebens Ziel er muss alles machen in seinem Leben verbunden so wie Josef hat geträumt dass wir machen Bunde von Getreide und ihr macht Bunde auf die Kleine und alle eure Bunde kommen zu mir weißt du in die die Getreide ein Mensch macht am Tag enorm viele Einzelheiten von Sachen aber sie haben mit dem anderen nichts zu tun weil der Mensch hat keinen Sinn hier ist Arbeit hier ist Familie hier Freunde hier Synagoge hier ist beten nein die Idee ist alles was ich tue ist gebunden mit Hashem alles ich trinke für Hashem ich esse für Hashem Fortpflanzung für Hashem Genuss für Hashem alles für Hashem Warum weil Hashem will soll ich in dieser Welt gut leben und in dem Moment wo ich gut gelaunt und gute Freude habe ich Mut und Kraft und Dankbarkeit ihm zu dienen mit Freude es war einmal ein Mann in Meschbush der Stadt von Balschem Tov der jeden er war ein Schuster und er ist gegangen von einer Synagoge zu der anderen und er hat gesagt Kadish und Borchu ein Tag der Balschem Tov hat ihm gesagt es war ein winterdicke Tag wo es war schwer zu gehen in dem Schnee der Balschem Tov hat gesagt renne renne tu deine Sachen du tust gut du tust gut und an dem Tag ist er gestorben und alle haben gesagt warum hast du das ihm gesagt sagt er weil der Mann hat jeden Tag gelebt als ob es sein letzter er hat versucht jeden Tag zu erfüllen und zu erkennen und es spielt keine Rolle ob es ist jeden Tag oder einmal die Woche ich werde schließen mit einer Geschichte von Zana von einer Jude in Teman jamanitische Jude der ist Mansur Salam der hat sehr schwer gearbeitet die ganze Woche seine Aufgabe war Zähne auszuziehen es war vor ein paar hundert Jahre es war kein Zahn Doktor aber es war ein Beruf das nennt man Zähne ziehen Zähnzieher hat verschiedene Methoden schnell und schmerzlos und bam bam genau mit dem Tür mit dem alle alten Geschichten ich weiß nicht wie brutal war das aber das war seine Arbeit so schwer hat er gearbeitet die ganze Woche bis Freitag am Freitag hat er gemacht so eine jamanitische Suppe die braucht Zitrone er hat immer gespart Geld für diese er hat immer gespart Geld für diese Suppe von Schabbas und die jamanitische Gerichte einmal ist er Freitag gegangen in Geschäft und kam irgendein Mohammedaner und hat gesagt du bist mir schuldig Geld ich bin dir nicht schuldig ich habe du schon bezahlt nein du bist mir schuldig gleich war ein großer Gratschke und der Richter ist gekommen und er hat ihn vor Schabbat gelegt im Gefängnis die Frau von dem Richter in diesem Moment hat bekommen Zahnschmerzen schlimme schlimme Zahnschmerzen von einem Zahn und sie hat gesagt hol mir schnell diesen Mann zu Salam dieser Jude der kann die Zehner rausnehmen sagt ihrem Mann ich sagt befreie ihn sofort er muss eine Aufgabe machen er ist rausgegangen und er hat sie die Zehner rausgenommen und er hat ihn nach Hause gebracht warum habe ich die zwei Geschichten gebracht Haschem will nicht soll man ihm nur dienen im Lehrhaus in die Synagoge während das Lernen Haschem will so man verbinden Himmel und Erde Haschem will dass auch wenn Jakob geht zum Lavan im Lavan Garti soll er dort leben Jiddisch Haschem will dass auch wenn ein Mensch lebt in Frankfurt soll er dort leben so wie Haschem will und deshalb kommt jetzt Jom Kippur und jeder soll wissen dass er hat eine reine saubere edle Neschome und diese edle Neschome will Hashem sauber haben in dem Moment wo ein Mensch sagt zu Gott bring mir zu dir so wie früher gib mir eine second chance so wie Kain so wie David so wie Menashe weil in diesen Gebete gibt zwei Psyche eine ist sehr deprimiert und eine ist sehr gut die erste ist sehr deprimiert die sagt Werfe uns nicht in unser Alter wenn unsere Kräfte verlassen uns du sollst uns nicht verlassen daher sehen wir dass es gibt Tage am Leben wo man fühlt sich gelassen geworfen von Gesellschaft von von alle aber der zweite kommt was heißt das unser Körper wird schwach das ist klar aber wir sehen das Körper ist nicht alles es gibt Leute die sind gesund reich und jung und depressiv und es gibt Leute die sind krank arm und alt und ihre schome strahlt wie brillant natürlich wollen wir beides wir wollen eine gesunde schome in einem gesunden Körper aber der alte Rebbe sagt die die Intention die Kavana gemäß deine Liebe zu Hashem gemäß diese Liebe bekommst du zurück und wenn wir wollen in einen Satz oder in zwei Wörter diese zwei Kapitel formulieren salachti kidvarecha ich habe dich verzeiht gemäß deine Wörter das heißt wenn einer dem anderen beleidigt und er sagt Entschuldigung die Verzeihung sein genau in demselben Stufe Tiefe von dem Bitte wenn die Bitte kam aus dem Herzen die Vergebung wird sein auch komplett vom Herzen aber wenn die Verzeihung war nur von Mund nach außen die Verzeihung wird auch sein genauso von Mund okay gesagt gemacht oder wie man sagt in anderen Wörter ich verzeihe dir aber ich will mit dir nicht mehr zu tun so eine Verzeihung braucht man nicht es gibt genug Leute die verzeihen dem anderen aber was sagen sie in anderen Wörter denke nicht dass dein Schmerz ist so groß ich kann ohne dir leben auch so ja das ist nicht was wir wollen von Gott wir wollen von Gott eine höhere Stufe von Liebe die die Versöhnung die kommt nach dem Streit wenn Menschen sich lieben und das ist ja auch so verzeihen ja aber ich vergesse es nie nie warte nur bis zum nächsten Mal ganz genau und das ist Vergebung es ist noch mehr wie von Verzeihung es ist noch mehr es gibt Entschuldigung Verzeihung und Vergebung Entschuldigung bedeutet ich entschuldige aber ich will mit dir nicht mehr zu tun Verzeihung bedeutet ich verzeihe aber wir werden jetzt unter einer Bedingung weitermachen nicht so wie es war und Vergebung bedeutet es wird sein noch schöner noch besser noch liebvoller wie früher wir wollen es noch mehr vertief und das sieht man manchmal bei guten Freunden oder bei guten Familien wo Menschen haben Vertrauen und zwischen Menschen gehört dazu Fehler wir machen alle Fehler jeder Mensch macht einen Fehler deshalb bei einer richtigen Kavanah bei Hashem soll ach dikid vorecho und ich will nur sagen dass diese zwei großen Fehler von Chet Egel und von Davide Melech steht geschrieben in sehr viele Sifre Kodesh das ist war nur ein Modell zu zeigen egal wie schlimm egal wie tief egal wie schmutzig kann man das runter bringen steht beim Zecharia Prophet Zecharia trifft Joshua und er sagt Asir Asiru Nimm runter die schmutzige Kleider von ihm was ist B'gadima zu ihm Entschuldigung deiner Respekt das ist Toilette Kleider das ist so die die sind wirklich nicht sauber warum weil jeden Mensch durch seine Benehmung verkleckert und verfettet und beschmutzt seine Kleid von Hashem aber die tiefene Schome die reine Seele das kann man nicht beschmutzen das ist ungefähr die Kompromierung von Kapitel 8 und 9 natürlich will ich dir noch eine Sache sagen es gibt sehr viele Chassidiot Breslev Satmer sie reden sehr viel wie sollen Männer umgehen mit Schuwa und Takana wenn sie haben sich gesündigt der alte Rebbe will nicht darüber zu viel wie man sagt einkratzen dem schlechten Tat es ist lieber zu bringen saubere Wasser und damit soll das schmutzige Wasser rausgehen aber es ist unmöglich ich sage immer dem Beispiel von unserem Aufzug ein Tag war dem Aufzug so uneingenehm gerochen aber muss man das zuerst putzen nachdem hat man das geputzt sauber später kann man einen guten Duft legen Ich würde sagen ein Perfum auf ein schwitziger Kleider und ein schmutziger Körper stinkt doppelt also muss man die Grundlage sauber machen schmutziger du bist jetzt dran ich höre dich nicht schmutziger schmutziger